hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren folge cyberpunk 2077 soll ich war jetzt noch mal erst beim netrunner und wir waren beziehungsweise ich war hier bei dem der in der nähe von also hierbei bei weg bei weg waren war bei viktor heißt der viktor und wir haben jetzt und zwar ein lila denken wir haben jetzt ein bisschen mehr vorher hat man wirklich vier jetzt haben wir hier ein bisschen mehr und haben jetzt achte und haben wir vorher gehabt wir sie jetzt ja nicht hatten wir doch auch acht gehabt wir sind keine ahnung hier ich mir bei der hände hier noch mal was geholt für power waffen damit die querschläger noch mal holen sie also eine neue waffe haben weil schroth die eigentlichen gönnt sie doch eigentlich gar nicht so verkehrt aus nur für den fall der fälle falls wir so mal brauchen so ich habe hier söldner gesucht heißt die aufgabe und wir werden ja schnell jetzt mit moped anrufen aber mich gleich noch mal mit items eingeteckt wir müssen auf jeden fall noch zwei level steigen damit wir jetzt weiter auf rusten können und ich habe mich umgezogen wir haben jetzt ein anderes outfit an sieht doch ja nicht immer so so verkehrt jude freunde der sonne wie wenn wir darüber fahren und dann werden wir mal gucken das erwartet hat man jetzt schon mal abwissig jetzt an du sollst lauren koste gehen die ehefrau von bradley koste gehen meinem kunden sie wird von den tiger klaus gefangen gehalten wenn du mehr wissen willst sie in den anhang alles klar will ich nicht wissen wir machen wir tun und dann gucken wir mal normale breach protokoll haben war ok 7 a 1 c ok haben wir jetzt muss ich aufpassen dass wir jetzt woanders hey wo ist mein wo sind mein ding ins hier ist gar kein ach ich habe noch ja kein lila kurzschluss danach eigentlich kommt verdammt wo ist er denn da oben komm mit mit lass uns spielen da na Was ist das? So, haben wir jemanden pingen. So, hier ist auch noch einer, aber da kommen wir nicht ran. Ah, da oben ist er. Wo versteckst du dich? Wie knistern er richtig? Hör mal auf, hier rupt den Schuppen. Wir gucken uns nachher nochmal rum. Hör mal auf, hier rupt den Schuppen. So, hier rupt den Schuppen. Was ist die Schuppen? war ja nicht in wo ist jetzt der ping dann sind wir schon wo versteckst du dich ich will hier eine rappel Oh, das geht aber schnell. Das ist das Deck, das Neue. Wo versteckst du dich? Ist hier irgendwo eine Kamera? Ich rieche eine Ratte. Ist hier eine Kamera? Wo versteckst du dich? Ich kann aber gar nicht so nachvollziehen, wo hier was ist. Was die meint ist. Oh, ey. Nicht so was Großes. Ja, ist okay. So, jetzt würde ich sagen, tun wir erstmal das, was wir tun wollen. Wir werden das mal plündern. Sind hier irgendwas? Pistolen? Wie wäre Pistolen? Pistolen können wir hier brauchen. So, dann gucken wir mal. Wie weiter haben wir denn hier alles? Guck mal, einen Katana haben wir auch noch gekriegt. Sind die hier? Ne, da brauchen wir nicht. Ich rieche eine Ratte. Okay, oben ist noch einer. Ja, rein. Schlimmer ist ja, der bleibt ja da hinten in seiner Ecke, wisst ihr? Wo versteckst du dich? Ich rieche eine Ratte. Ach, der ist da außen. Ach, der ist da außen. Oh, der hat vorbeigeschossen, alter. Okay, warte mal. Hier ist irgendwo... Hier an dem Ding ist was dran. Das können wir natürlich... Wenn mir F angezeigt wird, verlinken, und ich drücke auf F, dann... Verfick doch mal, mach doch nicht so eine Scheiße. Oh, der klappt so ja. Cool. Was ist das, was ich meine? Weil das ist halt so ein Scheiß. Wir kennen Burrito. Was sag ich mal, Burrito? Oh. 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 So. Bis dahin. Ich muss hier bis untert Auto kleckern. Ja, Bruder. Oh. Hald, Te-Schrulle. er hat nie mehr eine kniffte zwei scheiß hat ich muss jetzt mal wieder aufstehen okay so müssen wir jetzt hin haben wir jetzt alle hier ist noch ein zugang seht doch exe doch die ein bisschen was okay also warte mal hier ist da noch so ein ding das ist unten ja wir müssen ja da unten heute war hier unten soll jetzt noch was sein wo denn hier in der ecke da war hier ist da ist wir mit dir nehmen wir mit dir 7a 7a und dann haben wir nichts mehr verdammt ach leck mich doch warte mal 55 wo sind hier 55 55 55 55 7a ich hole dich hier raus was dein mann schickt mich ich bring dich in sicherheit komm so ein dummes wertloses stück ich glaube die will ja nie rettet werden hier ist doch keiner mehr wie hier ist doch keiner mehr wer soll denn jetzt hier sein der fahrer wartet auf dich okay jetzt nicht raus wo sind jeder ausjagern wo ist denn das auto glück gehabt aber verlass dich noch nicht drauf hey hast du jemanden der die hilft meine mutter sag ihr sie soll eine weile untertauchen die suchen auch nach freunden und familie verstehst du ja was ist mit brad denk erst mal nur an dich steig ein die karre bringt dich in sicherheit danke pass auf dich auf ich sage bradley bescheid dass lauren in sicherheit danke für deine hilfe auftrag erledigt okay wir haben ja ja noch auf doch mal wieder für aber gerade nur für wakako schon mal auftrag erledigt glaube ich kann mir ja nicht daran erinnern oder so hatten wir nicht so was ist denn das hier hinten ist es immer den auftrag nehmen erst mal mal dran meine wange wangenknochen was ist da los ich hätte deine bemühungen nicht bemerkt wie ich finde gute arbeit ich finde gute arbeit belohnt man am besten mit mehr arbeit wer weiß vielleicht kriegst du bald die begehrtesten aufträge ja wir müssen uns ja ach so wir müssen uns ja schließlich noch einen namen machen und bevor ich hier die haupthofjahre abschließe ich meine wahrscheinlich kann man die haupthofjahre hier abschließen ohne dass man den ganzen schnurren schnulli hier macht sie sich nicht es wogelt ein wenig in der stadt so 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 volle kanne hier lang ich bin falsch gefahren oder wie keine monopas okay zwei auf die andere seite Hier lag? Unten lag, ja? Ja. Okay. Hey, maldieter Seher! Ah! 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 Hey, wie? Der Sohn von Arati Kapoor ist einer Überdosis Glitter gestorben. Du hast bestimmt davon gehört. Neue Hardcore-Droge auf den Straßen. Arati will, dass du das Glitterlabor in einen Krater verwandelst. Im Anhang findest du mehr Infos über Arati und diese ganze Scheiß-Situation. Okay. Wir sollen richtig loslegen, oder? So, okay, dann breachen wir mal. Nice, C, 7, A. Batterien? Ah! So lange die mit dem Rücken zu mir rauskommen, ist doch alles in bester Ordnung. Gucken wir mal noch mehr. Ist das eine Kamera? Ist da eine Kamera? Seht ihr die? Kann nicht rum. Hier ist nichts weiter zu sehen. Okay. 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 Sind wir jetzt schon das Heisenberg-Prinzip? Heisenberg? War das nicht der von Breaking Bad? Oh fuck. So, hier kommen wir nicht weiter, BD fehlt mir da. Da drüben kommen wir auch nicht weiter, da fehlen wir auch eine BD. Na ja, ging nicht anders. Na gut, wir hätten jetzt abbrechen können, aber... Ach scheiß, war drauf. Oh, wo? Von wo? Wer hat mich gesehen? Ach da! Oh! Das war's für heute. Was ist das? Ich habe eine Kamera. Kev? Ja. Okay, soll sie schalten? Sehr gut. Okay. 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 Mir geht es, Alian. Das war halt. Sieht so aus. Scharf scheint es nicht mehr. Verlasse das Gebiet. Okay. Schade, dass man hier nicht alles abfackeln kann. Das wäre natürlich cool, wenn du wirklich diese ganze Gebäude hier einfach mal in Schutt und Asche liegen würdest. So, BD. 1C. BD. 7A. 55. 7A. Geil. Geil. Richtig geil. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Du, du, du. Du, 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 du. Boin, ihr Papnazen. Bang, bang. Oh, oh, oh. Oh. Okay, wir wurden entdeckt. Also wird wohl gleich die Kavalerie hier kommen. Sollen sie kommen. Wie kannst du denn hier alles was dir zeigst? So, hier können wir auch noch mal ran. So, 1C. Naja, besser als nix. Irgendwo quatscht ihr noch immer. Quatscht ihr dir den Zahn locker her, Junge. Was ist denn mit dir? Okay. Technische Fähigkeiten haben wir nicht. Ist es hier irgendwo raus? Ach, hier. Miguel! Oh, 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 oh. Was für ein Lackaffel. Wer ist er denn, wer ist er denn, so da kommen wir nicht weiter, da haben wir kein BD, warte mal, 7A, 1C, 1C. Können wir nicht hin. Schöne Schuhe haben sie an. Man müsste die noch ausziehen können, damit man ihre Klamotten kriegt hier. Achso, die waren ja schon tot hier. Er sieht aber hier noch nicht so tot aus. Jetzt ist er tot. Jawohl, wa? Natürlich wird es weiterhin Glitter geben, aber wenigstens haben wir die Wichser eine Menge Geld gekostet. Oh, und eins noch. Ich soll dir von Harati ausrichten, wie dankbar sie ist. Also danke und bis dann. Alles Klärchen, alles Klärchen. Oh, 5000 Kretas. Kretas haben wir gekriegt. Jetzt haben wir bei 42.000. Gut, Freunde der Sonne, ich mache an der Stelle erstmal Schluss. Wir sehen uns dann hier in der nächsten Folge wieder. Was sagt denn überhaupt mein Level? 26. Wir können also unser Schwert upgraden. Wo ist mein Schwert? Hier ist mein Schwert. Können wir upgraden? Jo. Jetzt brauchen wir noch eins, dann ist es legendär. Okay. Das können wir nicht. Nicht genügend Komponenten. Da fehlen mir... Aha, legendäre Komponenten fehlen mir da. Das ist auf jeden Fall legendär. Also wir werden den Orange mit dem Schwert. Das ist doch gut. Gut. Freunde der Sonne, ich würde sagen, wir machen an der Stelle erstmal Schluss. Und dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder. Oh, was haben wir denn hier? Warte mal, wir gucken mal kurz mal durch. Erhöht die Dauer von Bluten um drei Sekunden. Hallöchen. Ausweichen bei Benutzung von Klingmar. Erhöht die Dauer von Bluten um drei Sekunden. Ja, komm, nehmen wir mit. Wir werden bestimmt auch irgendwann mal... Mehr haben wir nicht. Gut. Alles klar. Freunde der Sonne, haltet die Wand steif und... Tschö, lüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü